Hätte ich nicht für möglich gehalten, weil ich schon eigentlich teilweise mit der WM einen Haken drunter gemacht habe und mir dachte so, das war's. Aber mein Kämpferherz drinnen hat gesagt, nein, Bursche, das war's nicht. Du wirst weiter kämpfen, aufraffen. Und genau so habe ich es angelegt. Und genau mit der Leidenschaft bin ich da in die WM reingestartet und denke, dass ich die Leidenschaft heute super spielen habe können. Und genau die Passion ist das, was ich lebe. Und das taugt mir, das mich. Ja, weil er hat es wirklich hart gehabt und wir haben wirklich alle miteinander, der ganze Familienplan, wir haben mitgeliebten mit ihm. Und jetzt freuen wir uns alle mit. Jede Medaille hat gleich viel und jede Medaille hat ihre eigene Geschichte und ich bin froh, dass ich da schon viele Geschichten erlebt habe. Und vielleicht kommt ja noch eine dazu.